ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich kann mit dem Druck nicht mehr leben! Ups! Hey Tom! Hey, kennst du schon meine neue Freundin? Du und er? Das hat sich so ergeben. Ey, weißt du was? Ich muss mal ihm deine Toilette entweihen. Kannst du mal kurz halten? Hehehe. Was ist denn zu tun? Hm. Heute haben wir schon was vor? Scheinbar nicht. Brauchst du Sex? Okay. Okay. Nehmt euch ein Zimmer! Oder lasst mich mitmachen. Nein. Nein. Oh, nimmt der Scheiß denn eigentlich nie ein Ende hier. Was ist denn da? Oh, ist das energy? Sieht interessant aus. Ja, ist es auch. Ja, weiter. Tja, mir ist so langweilig. Ich will was drehen. Ja, nimm die Kamera und geh vloggen. Uh, vloggen, mach ich. Oh, egal, egal. Nur noch die Daten sichern. Die ich auf meiner Vlog-Kamera habe. Ey, yo, Bitch, was geht? Kannst du mal meinen neuen Song vermorten so, ey? Jo, mach doch mal. Oh Gott, verpiss dich! Okay. Habe ich denn jetzt mal meine Scheißruhe? Meine Fresse. Unglaublich, aber was? Wenn man das Ganze hier mal ganz gut macht, dann kann man hier mal schauen, was man hier noch... ... ... Also, ich habe ein Problem. Ja, erzähl. Meine Freundin ist mehr fremd gegangen. Boah, blöde Schlampe, ey! So würde ich sie nicht nennen, aber doch... Ja, bitte, erschießen, erschießen! Boah, wer war das? Das war so ein Kollege aus der Stufe und... Ich schwöre, ich töte diesen Hurensohn! Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boah, macht die Typen kalt, ey! Ich finde, ich könnte doch meine Aggression rauslassen. Boah, kalt machen und zerhacken! Okay, danke für den Tipp. So, Freunde fremdgegangen und wei- Schliffen? Wie geht's dem Horst denn und die Kinder? Ja, Horst, der lebt schon lange nicht mehr, du! Ach, der lebt schon gar nicht mehr! Ich hab auch nichts von ihm gehört! Die geilsten Themen hier!